Das heißt, ich müsste dann hier oben, dass diese Leitung verläuft. Irgendwo läuft eine Leitung. Fragt mich nicht wo. Ich habe das hier nicht gebaut. Ich habe das hier nicht gebaut. Ich würde sowas schöner machen. Habe ich davon noch? Nope, das sind aber die Bloodstone. Bloodstone, das kriege ich hin. Bloodstone habe ich noch. Bloodstone Energie Dock, das reicht. Fehlten Fall. Größere brauche ich da jetzt nicht, weil... 1000, das reicht. Tausend ist einiges, das reicht auf jeden Fall, du. So, hier soll nämlich jetzt... Ach, hier ist es ja schon. Hier soll das Kabel verlaufen. Und dann mache ich hier wieder zu. Dann sieht man das auch nicht, dass ich da irgendwas gepfuscht habe. Und dann soll jetzt aber hier wieder... Eingang. Und dann kriegt er die ganze Energie wieder von dem... Bloodstone... Bloodstone... Dui... Ne, nicht Conduit, was labere ich dann? Ach du Scheiße. Soll natürlich nicht so sein. Ah ja, perfekt, schmeiß die... Schmeiß den... Hey, schmeiß den Schrauben... Genau, schmeiß ihn weg. Schmeiß ihn einfach da unten. Das ist wie, wenn jetzt irgendwo das Werkzeug in irgendeinen Schacht reingefallen ist. Aber da ich ja ein gestörter Mensch bin mit... Mit... Hier, wie heißt das denn, Mensch? Mit Magnet? Ist das alles hier Geringverdiener-Probleme? Hier, die ich eigentlich gar nicht kenne. Geht's jetzt, wenn ich jetzt da hinten den Ausgang auf... Jetzt geht's ab hier. Geht jetzt ziemlich schnell und jetzt noch schneller. Ja, jetzt passt's wieder, weil jetzt fließen hier 4000 durch. Wenn ich hier jetzt dicht mache... Ist das voll. Direkt. Und es geht wieder schneller, oder? Ja. Hier nehme ich alles voll. Ich finde das übrigens gut, dass die Kabel ihren eigenen Speicher haben, weil... Macht zwar keinen Sinn, aber was soll's. Ne, das bleibt natürlich aus. Das hier geht an. Und dann geht das hier auch wieder gemütlich hoch. Langsam und gemütlich. So muss es sein. Das kann ich dann auch noch alles hier abdecken, dann mit Cover und so. Und hast du nicht gesehen. Ähm. Da weiß ich jetzt aber gar nicht, wie ich das machen soll, dass das nicht ganz so scheiße aussieht. Ich kann's hinten... Ne, hinten rum geht nicht, weil hinten wird ja auch was abgegriffen. Das ist halt nicht so geil, ne? Aber Hauptsache das hier funktioniert jetzt. Ich hab jetzt hier einen Ofen. Ich kann jetzt hier noch ein paar... Blöckchen holen. Ach, guck mal, die Setzlinge sind fertig. Ich kann jetzt... Genau, hochspringen. Das wär auch mal ne Idee. Mach jetzt das hier weg. Mach dafür das hier hin. Mach dann hier erstmal an. Unten ist Eingang. Oben ist Ausgang. Hier könnte ich noch eins hin machen, aber das macht keinen Sinn in meinen Augen. Und jetzt kann ich... Theoretisch... Ich würde damit aufladen, aber... Oh, unnötig. Kann ich das... Deaktivieren? Ja, so. Da brauch ich das jetzt grad gar nicht, äh... Hier craften lassen. Das geht dann voll. Ich mach jetzt mal was. Auch wenn's illegal ist. Ich hab keine Bücher mehr. Dann nehm ich grad die hier. Geh weg. Flag dich nur nicht, weil du ein Kartograf bist. Ohne Witz. Und das ist nicht fair, dass du so ne Scheiße abziehst. Geld 4. Wird verdoppelt. Oder 40 Level. Ja, dann... Nimm. Mach ich jetzt aber hier weg, weil das ist wieder absolut unnötig. Das brauche ich nicht. Äh, was brauche ich denn noch nicht? Das hier, das hier. 40 Level. Äh, 40 Level. So. Jetzt bräuchte ich aber die Uhr. Weil darauf hab ich keine Lust. Ich brauche ja erstmal Erfahrung. Und dann wartet er auf Bücher. Zack, zack. Geld hab ich, glaub ich, noch nicht, oder? Dann kommt's jetzt hier hin. Geld, auch wenn's grammatikalisch nicht so schön ist. Geld. Ihr müsst hier hin. Geld 5. 51 Level. Alter, dass ihr beide jetzt genau hier stehen müsst, das ist ja wieder absolut klar. Geld 5. Geld 5. Geld 5. Geld 6. Kannst du bitte weggehen? Bitte, geh doch einfach weg. 61? Ne, was laber ich denn? 64 Level. Zombies gehen mir auch wieder absolut auf den Sack. Alter, wie lang brennt dieser Zombie, Mann. Ehe, bis Stunde, bis er da rausgebrannt ist, Mensch. So. Ach, egal. Geld 7. 79 Level. Das kommt jetzt aber trotzdem mal hier rein. Das hat immer noch nicht gereicht. Ich weiß, dass du es mal hat. Das war schon wieder zu viel. Ich hab's halt wieder absolut verpeilt. Alter, dass du jetzt genau hier stehen musst. Genau in dem Block, an dem ich arbeite. Jetzt ist scheißegal, ob du kartograf bist oder sonst was. Mann. So, zack. Das hier kommt hier rein. Alter. Wo kommt ihr alle her? Macht den Abgang. Aber alle drei jetzt hier. Weg. Setz dich auf die Fackel, damit du Feuer fängst. So. Held 8. 96 Level. Komm, das machen wir jetzt. Ich will Held 10 haben und das dann auf dieser Zelle machen. Beziehungsweise allgemein auf elektrische Sachen, die Strom speichern können. Oh, nein. Held 8 und Held 9 ist fertig. Held 8 kommt raus. Held 8 kommt hier hin. Held 9. Fuck. 115 Level. Das schaffe ich hier aber natürlich nicht. Habe ich hier noch was? Ne. Da noch was. 300. Jetzt mal kurz draußen schauen, ob was rumliegt an Items irgendwo. Ich habe gerade was aufgesammelt. Aber ich glaube nicht alles, oder? Warum überlebt ihr eigentlich immer? Geht doch einfach weg. Einfach weggehen. Einfach weggehen. Hier schaue ich auch noch mal. Weiß nichts mehr. Der Let interessiert mich nicht. Das kann ruhig abfackeln. Aber das hier. Jawohl. Wieder zwei Rüstungsteile. Wunde am Ausrasten. Ich gleich auch, wenn das so weitergeht. Die Drecksviecher einfach rumrennen, anstatt zu kämpfen, so wie es sich gehört. Junge, jetzt verpiss dich. Ich habe gesagt, verpiss dich, Junge. Verpiss dich. Einfach mal kurz gespammt. Auch wenn es überhaupt nicht gut ist für das Schwert. Das kann ich auch wieder zumachen. Danke Skelett dafür, dass du einen Creeper hierher gelockt hast. Oder wegen dir explodiert ist. Nicht wegen mir, sondern wegen dir. Ich schiebe es gern auf dich. So, jetzt aber, Junge. Drecksviecher. Junge. Ruhe ist einfach voll, ne? Habe ich bald ein Problem? Habe ich wirklich bald ein Problem? Was wollte ich denn jetzt machen? Genau, ich wollte... Ich habe jetzt wieder noch neue Erfahrungen. Die ist aber hier drin. Danke, dass du immer Freudensprünge machst, aber das ist eigentlich nicht nötig. 115 Level. Komm, das kriegen wir hin hier. Da ist wieder Hundescheiße drin. Obwohl es das nicht soll. Das muss sich ändern. Schon besser. Das nimmt sich trotzdem das Zeug raus. Nimmt sich das von alleine raus. Nicht schlecht. Auch wenn es vielleicht suboptimal ist. 115 Level. Geh mal da weg. Und dann machen wir gleich noch das nächste Buch. Dann kann ich das auch gleich verdoppeln. Dann habe ich erst mal ein bisschen was von Held hier. HeldX. 136. Ja gut, das bringt mir nichts, wenn ich das hier esse. Das geht so schnell, ey. Das ist nicht normal. 136. Ich weiß, dass das Maracan was. Wer damit.